hallo liebe youtube gemeinde und willkommen zum nächsten teil von avatar the legend of koa kapitel 4 dieses mal und ich war jetzt eben noch mal kurz im shop habe mich noch mal ein bisschen umgesehen und war auch im koa's room und habe erst mal hier das heilwasser und katara's oasis water also das oasenwasser equipped das hatte ich nämlich schon gekauft hatte ich glaube ich sogar hier im ersten teil gemacht aber nicht ausgerüstet ich dussel naja jetzt kann ich auf jeden fall auch benutzen und ich habe gesehen im shop gibt es unter anderem jetzt hier die wasserrollen also die schrift rollen die man eigentlich auch aus dem ersten teil avatar kennt legende von arg wo man neue fähigkeiten mit freischaltet und da wie unter anderem das ja auch gesehen book of water dodge shot auf gut deutsch während man abfährt kann man mit den füßen wasser oder wasserschüsse auf die gegner feuern und das ding holen wir uns erstmal bei so weil das ist ja nun eine fähigkeiten sind nun mal das a und o dreimal quickly freeze the pool of water to capture your enemies auch für die persönlich auch sehr geil nebenbei ebenfalls und das hier ist entweder dreimal viereck einmal dreieck oder l runter hoch und dreieck auf gut deutsch ja so eine wasserpeitsche ja waterwhip wasserpeitsche ja das kaufen wir auch so ne der rest hier oben aber hier diese krone oder was das ist und dieser teekessel die sind jetzt relativ rupe davon kann ich nicht mehr tragen die hier werden garantiert auch noch mal interessant um halbiert deine gesundheit aber verdoppelt deine experience für 11.000 20 160 was haben wir hier alle 70.000 movement speed bevents all stun staggers bla 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 älter 300.000 mhm dann triggers a counter attack bla 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 halves your attack power but doubles the amount of spirit energy you earn na gut das ist für mehr kohle na die kann man ja mal kaufen so das hier halbiert deine gesundheit aber verdoppelt deine erfahrung ich glaube riski es ach nee erstmal nicht was kann ich immer noch so jetzt geht es erstmal weiter mit kapitel 4 gegen was uns jetzt erwartet ich bin schon direkt ingame oh okay ach okay dazu muss ich erst den ah jetzt verstehe ich wie das geht alles klar das heißt ich muss erst mit dreieck den schweren angriff machen und das kann ich dann einfrieren okay alles klärchen genau das hier ist die peitsche oh was kommt jetzt oh was sind das für welche elektrified attacks cannot be blocked or countered so we have to use our to try to dodge them so we haben die und nicht So, wo bist du? Okay, das war die Wasserpeitsche. So. Wo geht's denn hier hin? Hm? Nirgends? Was ist denn das? Wieso geht's hier nirgends hin? Der Schmuck. Oh ja, das kommt, geh auf. Hier irgendwo? Ah, da ist ne Truhe. So, friss das. Was denn das? Nein. Das ist ja geil. Okay. Wollt man so alles nebenbei erfährt? Hm? So. Geil. Hm. Jawohl, das war jetzt dieser Schuss beim Ausweichen. Voll cool, ey. Och, nö. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Hm. Okay, okay, okay. Gut, da oben ist hoffentlich nischt. The spirit wilds of Republic City. Once the plants took over, the people evacuated. Hm. Hm? Looks like chi blockers have taken over the abandoned part of the city. Und weg. So, wo geht's denn wohl lang? Hm. Hopp. Oh, wir hauen mal alle hier kaputt. Das ist hier, die beiden Kisten nehmen wir mit. Komm. Oh. Shit, was kam da jetzt? Mhm. Na, danke auch. Woah. Alter. Oh, schön am Stick nödeln. Ah, shit. Ups. Mann, jetzt ist aber Schluss. Och, nee. Ah, shit. Ah, shit. Weg mit dir, Korle! Duh! Oh, weg mit dir. Oh, Level 4. Yeah, a new move. Alter. So, jetzt wieder die Frage, wo lang? Wahrscheinlich hier. Da hoch, da hoch. Und. So. Oh, was sind das eigentlich für drei Hansels, die mich hier die ganze Zeit angreifen, diese anderen drei Bändiger? Oh. Oh. Okay, also für solche Szenen ist das mit der Kamera echt nicht gemacht, finde ich jetzt. Das ist ein bisschen... Oh. Oh. Okay. Okay. Mm-hmm. Ja, nej, ärs klar. Oh, nö. Oh, nö. Jetzt habe ich ja auch noch meinen... Oh, ja. Man kann hier oben aber auch nicht ausweichen, ne? Oh, nö. Es ist doch... So. Ich hoffe mal, hier geht es auch weiter. Oha, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Jetzt darfst du runter. Okay. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Noch irgendwo einer ohne Fahrschein? Guuuut. Da soll ich jetzt drüber jumpen? Ach du Kacke. Nein, hast du lange gewartet. So, weg mit dir. Oh, hier kann es aber auch nicht langsam gehen. Man kann nur... Oh Mann. Okay, also hier sehe ich einige Schwächen. Weg mit dir, Junge. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann ich auch hier auf dem Wasser? Ne. Wut, wut, wut. Mal suchen da. Okay. Okay. So. Aha. Darum waren die hier oben, weil hier eine Kiste ist. Mal gucken. Mal getestet, aber es gibt ja auch keinen Doppelsprung. Vielleicht kriege ich den beim Luftbändigen. Weil irgendwie muss ich... Oder muss ich dann von da da hoch? A pluskennt man nicht? Hey. Okay. ä gut, mal Shane. Bye. 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 Wow, hallo. Alter, ich sehe nichts. Hallo? Ja gut, ich habe sie anscheinend erwischt. Oh, oh, wieso ist mein Heilweißer komplett aufgebraucht, sehe ich gerade. Und wer bist du? Alter. Kura, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie du dein Erdbendung zurückkrieg hast. Erdbendern muss sich aufhören. Vom Counter-Attacks? Boah, so schon mal nicht. Alter, aber jetzt mal echt, wieso? Ey, wieso ist das... Ich hab doch nicht drei davon benutzt. Kacke. Oh, fuck. Ja, scheiße. Das war... Wie kann ich denn hier... Aha. Oh, fuck dich doch. Boah, das hat ja gar nicht geklappt. Und gleich bin ich auch... Ja, danke. Schön, dass ich nicht aufstehen konnte. So, meine Items sind weg. Ah, gut. Vielleicht hätte ich mir das aufheben sollen. Nee. Wollte ich das kippen? Nee. Ah. Schiefblockers in Triads are bad enough, but now a Mega Tank, too? Ah. Ach, shit. Okay, das kann ich also definitiv auch nicht blocken. Oh, jetzt... Ja, ich kann nicht ausweichen, wenn ich gerade am Boden liege, ey. Hm. Viermal Konterattacke, danke auch. Oh, man. Oh, man. Man, eh. Oh, man. Hm. So. Was war das hier nochmal? Halbiert deine Gesundheit? Nein. Äh, nein. So. Man. Ach, ich wollte es mir doch aufsparen. Ach, Mann. Ich lerne es auch nicht. Sowas von Lernresistent. So, jetzt komm her, du kleines Stück Drecksmetall. Oh. Oh. Ey, jetzt macht er natürlich zweimal, ne? Ist ja klar, ne? Cool. I think I figured out how to get your Earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to Earthbend again. Hm. So. Oh, jetzt trifft er auch noch. Oh. Hm. Hallo. Oh. 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 so nein ah shit oh fake oh 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 hallo oh man du ja natürlich man jetzt schallt wieder auf oh so da haben wir das erdbändigen wieder ja am arsch junge ich habe doch drei kreis gedrückt hm hm ja 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 jak ja 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 Na komm. Oh nee, was wollt ihr denn jetzt noch? Oh, ich habe doch Kreis gedrückt, Mann. Ah, P-Charge. Ah, shit. Ah toll, jetzt kommen die wieder an, die Viecher, ne? Ne, doch keine. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Au, weich aus, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck dich. Hallo. Ey, ich war noch nicht mal auf dem Boden. So. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. das? Alter. Ah ja, jetzt kann ich da lang. Na Chapeau.